hallo liebe freunde der seichten schlachtfeldunterhaltung mein name ist huni hunsen willkommen zum let's fail aka let's play battle 4.3 zurzeit liege ich schön noch im dreck wie man sieht aber ich glaube ich werde jetzt einfach mal eine andere klasse nehmen und zwar den pionier da hier doch ein paar panzer unterwegs sind und ja gucken wir mal dass das gleich nicht mehr so ist ja irgendwie haben die gegner gerade fast alle punkte was natürlich nicht gut ist ich kann mich auch nicht so wirklich entscheiden einfach mal mit der rpg in die hochschrauber unterzuholen klappt natürlich meistens nicht so gut aber no risk no fun dann laufen wir mal hierher doch eben kann ich immer noch nicht aber vielleicht wird es ja besser aber da vorne ist doch mal ein panzer den kann ich mir doch mal hier angeln wenn er jetzt nicht schon wieder sonst wo ist ja ich meine ich habe den panzer doch gekriegt Ach ja, so hieß das manchmal im Krieg. Okay, nehmen wir mal die Anti-Air. Das Anti-Air-Geschütz. Ach nee, das ist das Stationäre? Hm, okay. Da ist hier ja nicht so viel los. Fangen wir mal wieder an der Front. Gucken wir mal, ob wir die Docks wiederholen können. Wir sind hier schon am Basecampen. Ne. Ach, die Docks werden schon wieder Robots. Abschalten. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020